Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing der Beauty.at Box. Und wenn du Bock drauf hast mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist eine Box, die aus Österreich kommt. Die kostet 39,90 Euro pro Box. Erscheint viermal im Jahr, also immer zu der jeweiligen Jahreszeit. Das ist jetzt die Sommerbox. 8 Euro Versand kostet sie für uns nach Deutschland. Und die soll einen Wert von 280 Euro haben. Bin sehr gespannt. Wir erwarten hier drin Pflege, dekorative Kosmetik. Leider auch das ein oder andere Nahrungsergänzungsmittel. Müssen wir mal schauen. Und ja, halt auch von wirklich hochwertigen Marken. Teilweise Sachen von Armani und Parfum und hast du nicht gesehen. Also richtig geil. Und wenn man die bestellt, ich habe die am 29. April bestellt, ist dann auch auf der Homepage aufgeführt, was drin ist. Das habe ich jetzt zwei Monate später, einen Monat später drehe ich das Video. Krass, so schnell ist die Box gekommen. Die sollte eigentlich erst Mitte Juni kommen. Egal. Crazy. Genau. Habe ich jetzt schon wieder vergessen, was drin sein soll. Die nächste Verkaufsrunde wird wahrscheinlich Ende Juni oder Ende Juli sein. Schaut auf jeden Fall bei mir bei Instagram vorbei. Da poste ich das in meiner Story, denn ich bekomme das entweder von euch erzählt oder ich habe es im Newsletter oder so. Und ja, genau. Da kriegt man dann die Info und dann wird es gepostet und dann kann man sich die bestellen. Weil das ist immer sehr limitiert, sehr schnell ausverkauft und man ist sehr scharf drauf. Die letzten Boxen waren so, mal gucken. Und vor allem für den Preis, weil das ist ja auch nicht ohne. 47,90 Euro kostet das dann ja ungefähr. Oder 48,90 Euro. 47,90 Euro? Rechnen, Claudi. 47,90 Euro. Ist nicht wenig. Da bist du ja echt schon bei einer Luxurybox quasi. Und ich möchte jetzt einfach mal mit euch hineinschauen. Wir haben jetzt mittlerweile den Umkarton oder den Versandkarton als Box einfach. Was ich aber okay finde, weil die Box an sich war jetzt auch nicht immer so super hochwertig. Und hier haben wir auch so einen Einleger, wo die Produkte aufgeführt sind und beschrieben sind. Dann haben wir hier ein bisschen Werbung drin enthalten, was sein muss, weil sonst könnten die sich das auch nicht vom Preis-Leistungs-Verhältnis erlauben, das hier reinzupacken. Sind wir mal ehrlich, irgendwie muss das Geld ja auch für die Firma reinkommen. Die haben ja auch nichts zu verschenken. Und hier haben wir dann den Blick in die Box. So, ja, ich gehe anhand des Heftchens durch, würde ich mal so sagen. Das lege ich mir einfach hin. Denn die haben sogar ein Motto, Leute. Es ist ein DIN A4-Zettel, doppelseitig gedruckt, zwei. Aber immerhin. Schön wäre, wenn die auch noch hier die Preise hinschreiben würden. Aber hey, man kann nicht alles haben. Sommer 2023. Sunny Days and Summer Wipes. Der Sommer kann kommen. Wir sind perfekt vorbereitet mit einer Vielzahl an Beauty-Goodies für Haut und Haar. Die Sommer-Beauty-Box ist prei gefüllt mit allem, was man für einen wunderbaren, endlos langen Sommer braucht. Bronze Skin, Vibrant Eyes, perfekter Sonnenschutz, erfrischende Gesichtspflege, verwöhnende Bodycare und vieles mehr. Ach, das war ein schöner Reihen, Leute. Ja, dann haben wir hier die Produkte drin aufgeführt mit Anwendungshinweisen. Ich glaube, ab und an standen hier auch mal irgendwelche Inhaltsstoffe drin. Das ist jetzt hier nicht. Dann stehen sie auf den Produkten drauf. Und das finde ich gut, dass die auch das alles so hier aufgeführt haben. Skin Made Doctors. Da haben wir so ein bisschen Gewerbung. Da wird wahrscheinlich was von drin sein. Eborian. Das ist... Ach so, das ist ein Einleger. Die haben wir hier scheinbar mit drin. Und dann haben die Inhaltsstoffe nicht auf das Produkt gepasst. Finde ich gut, wenn das hier mit bei ist. Ich glaube, das müssen die aber auch. Skin Beauty Products. Love My Skin. Da haben wir dann auch noch was von drin. Yosana. Mit Beauty Box 15 jetzt 15% Rabatt auf alles. Bei Yosana. Yoga Matten kannst du da kaufen. Ellie Natur. Da haben wir auch noch was mit dabei. Ja. So. La Barababa. Wir schauen hinein. Wir haben auch so ein bisschen sowas mit dabei. Was ich gut finde. Ich habe jetzt auch schon wieder heute so ein bisschen Filmtag. Und deswegen habe ich auch zwei verschiedene geschminkte Gesichter. Aber auf jeden Fall habe ich hier von Kaiser die Kräuterfrischen Zitronenmelisse Hustenbonbons. Das finde ich gut. Ich meine, dass wir die auch schon mal drin hatten. Oder ich hatte die mal in der Foodbox drin. Mag ich gerne. Also das ist halt so ein schönes Zwischending zwischen Melissa. Also dieses Kräuterige. Und dann halt Zitrone. Was ja auch jetzt so ein bisschen erfrischend im Sommer so ist. Dann habe ich hier etwas drin. Von Betty Barclay Happiness Deodorant. Muss ich mal ausprobieren. 75ml sind hier drin. Das ist halt so ein Glas Sprayer. Ich mag ja super gerne diese Düfte. Die halt super schnell verfliegen. Deswegen ist es nicht schlimm, wenn das halt als Deodorant drin ist. Wichtig wäre halt für mich, dass wir halt auch wirklich nicht nur ein Duft dann unter die Achseln bekommen, sondern vielleicht auch so ein bisschen Schutz vor der Nässe. Weil ich glaube, im Sommer schwitzen wir alle nicht wenig. Ja, und das steht hier aber drauf, dass es das macht. Das ist den Duft und Schenklern anhaltende Frische. Ohne Treibgas. Ja, das ist halt das Ding. Wenn du sowas hast, ist es halt was anderes als im Sprayer. Aber dafür sind da einige Sprayflaschen drin. Rieche ich nicht. Will ich riechen. Oh, mag ich. Blumig. Ein bisschen zitrische Noten. Sehr frisch. Hat was von Frühling. Das mag ich. Mal gucken. Soll ich das jetzt eben? Ich kann das ja eben in Anwendung nehmen. Ich glaube, ich habe heute Morgen gar kein Deo verwendet. Und das bei so einem Tag. Wir haben heute so viel gemacht. Ich habe ganz viele Filme, Videos gedreht. Und wir haben eine Küche gekauft. War mit Julius einkaufen. Bei zwei verschiedenen Läden. Das ist ganz schön viel passiert heute hier, Leute. Naja. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen nass jetzt. Aber ich habe auch jeweils zwei Sprüher drunter gegeben. Den mache ich jetzt hier so ein bisschen in den Ententanz. Ja. Dann habe ich hier ein Bi-Öl drin. Bi-Öl Hautpflegeöl. 25 Milliliter. Das haben wir öfters mal in dieser Box drin. Finde ich persönlich aber schön. Also ich mag dieses Bi-Öl, weil das glaube ich auch recht hochpreisig ist. Dann mag ich das auch, wenn es in der Box ist. Und ich verwende das halt so von Knie bis Hüfte. Da wird es bei mir immer aufgetragen. Halt so auf die Oberschenkel. Das hilft bei Narben, bei Dehnungsstreifen. Ungleichmäßige Hauttönung, reife und trockene Haut. Und das natürlich. Und ich habe tatsächlich Dehnungsstreifen. Die aktuell oder mittlerweile sehe nur noch ich die. Aber die habe ich halt aus meiner Wachstumszeit. Und Wachstumszeit vor allem. Aus meiner Pubertät, wo ich halt wirklich so geschossen bin. Und ich bin ja 1,73 und das bin ich relativ schnell geworden. Und ja, eine Narbe habe ich ja auch. Eben die Kaiserschnittnarbe. Das kann ich dann auch schön da drauf machen. Und dann würdest du es pflegen. Ne, finde ich schön. Finde ich echt toll. Dann haben wir hier etwas Großes auch drin. Von Seba Med. Die Pflegedusche mit Brombeere und Minze. Erfrischt und pflegt empfindliche Haut besonders schonend. Und das ist ja cool. Also wirklich. Seba Med hatte ich glaube ich mal als Wassermelone, Minze oder so auch in der Box mit drin. Ui. Den mag ich, den Duft. Das riecht wie ein ganz leckeres Bonbon. Ui, 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 ui. Ganz toller Sommerduft. Nachhaltige Verpackung. Limitierte Edition. Gönne ich mir. Schöne Sache. Dann habe ich hier etwas. Da hatte ich eine Maske. Ich glaube, dass wir die dann auch in dieser Box drin hatten. Diese goldene. Die habe ich aussortiert, weil die mir leider zu sehr gebrannt hat. Ich weiß nicht, wie das euch ergangen ist. Ich mochte die nicht so gerne. Hier haben wir jetzt auf jeden Fall ein Natural B. Oder Skincare Beauty Products ist die Marke mit Spilantox. Agile. Ich kann es nicht aussprechen. Und Hyaluronsäure für sofort sichtbare Glättung. Das ist bestimmt eine tolle Sache, oder? 15 Milliliter. Ist nur drei Monate haltbar, wenn du es anbrichst. Also Achtung, Achtung. Aber das war bei der Maske auch so. Ei. Ultra Rapid Youth Serum. Edel, edel, sprach der Wedel. Also das sieht nach mehr als 15 Milliliter aus, oder? Crazy. Cool. Ja, das möchte ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Da habe ich echt Bock drauf. Schön. Ja, dann habe ich was drin. Das werde ich an meine Freundin weitergeben. Ähm. Ne, das ist aber die F&C von Batiste. Auch total spektakulär. Ach, dieses Schaum. Wie ist das? Ei. Original Classic Fresh mit Aloe Vera. Für weiches, glänzendes und leicht kämmbares Haar. Auf die trockenen Haarlängen auftragen. Auf die trockenen? Ne, im Sommer finde ich meine Haare ja nicht, ne? Das ist eine Full Size. Ja gut. Das wird dann weiter wandern. Weil ich, also, oder? Ich werde das im Winter verwenden. Weil ich mache gerne so eine Sprühkuh rein, aber die mache ich rein, bevor ich meine Haare trockne. Das ist ja verrückt. Ne, das finde ich jetzt nicht so spektakulär. Also für mich jetzt nicht. Dann habe ich hier das Trockenshampoo, wo ich eben schon dachte, dass das andere auch eins wäre. Blush Flirty Floral. Das ist so eine Reisegröße mit 30 Gramm. Das werde ich im Freundeskreis weitergeben. Die fragen mich immer wieder nach Trockenshampoo. Erfrischt das Haar ohne auszutrocknen. Ja, und Batiste ist ja auch eine gute Marke, was das angeht, ne? Deswegen gebe ich das weiter. Ich selber wasche mir jeden Tag die Haare einfach aus. Ich mag es halt einfach, ne? Ich mag das lieber, weil meine Haare den Tag über tatsächlich auch durch diverse... Da kommt ja alles Mögliche dran bei mir, ne? Und dann möchte ich einfach abends mir die Haare waschen. Ist einfach so. Das ist der kleine Luxus, den man sich einfach gönnt. Von Dr. Grandel habe ich das Hydroactive Hyaluron Refill Cream Produkt mit 10ml Feuchtigkeitspflege mit Faltenfüller-Effekt. Ist halt eine etwas kleinere Größe. Finde ich aber auch nicht schlimm. Also so zum Austesten ist es ganz gut. Die Wirkung wirst du erst nach einer gewissen Zeit merken. Also ob das wirklich was mit der Haut anstellt. Wobei Hydro ist ja meistens so, dass es dann halt auch wirklich direkt Feuchtigkeit spendend ist, ne? Und deswegen, also ja gut, hier Faltenfüller-Effekt. Das wirst du dann wahrscheinlich, dass in dem Moment feststellen können, was halt die Langzeitwirkung ist. Kannst du mit einer kleinen Größe nicht feststellen. Da brauchst du meistens so vier bis sechs Wochen, sagt man. Dass die Haut halt auch wirklich mal so einen Zyklus durchgemacht hat. Und dann auch wirklich zeigt, dass sie irgendwie eine tolle Pflege bekommen hat, ne? Nö, aber Dr. Grandel ist auch eine schöne Marke. Ich glaube, ist das nicht sogar eine Apothekenmarke? Man weiß es nicht. Hier ist wirklich viel drin. Finde ich gut. Dekorative Kosmetik. Sehr interessant. Look by Beeper. Das ist die Drogerie-Marke. Und von der Drogerie Beeper halt, ne? Delicate Compact Bronzer. Mutig. In der Farbe 030 Sunny Beach. Weil das wird jetzt nicht jedem oder jeder passen, die die Box auspackt, ne? Übrigens, das riecht gut. Das riecht gerade wirklich gut, wenn ich mich so bewege. Ah, das mag ich echt gerne. Also, das wird direkt unten in meinen Badezimmerschrank kommen. Und das hier wird auch demnächst dann einfach mal ausprobiert. Ja. Also, farbtechnisch ist es halt für mich eher so ein Zwischending, weil es auch so einen leicht kühlen Einstich hat, ne? Zwischen Kontur und Bronzer. Das muss ich ausprobieren. Das ist schön. Sonnenschutz wurde angekündigt. Ist auch hier mit drin. Wenn, wenn auch nur sehr klein. Von Louis Wittmer. 50 plus UVA, UVB, Very High Protection, Anti-Aging Face Serum. Hm? Ne. Anti-Aging Face Cream, Sun Protection, Care Sensitive Skin and Eye Area. Also auch auf die Augen oder um die Augen mit Panthenol und Peptiden. Das ist natürlich schön. Für sensible Haut steht hier auch drauf. 4,5 Milliliter. Kannst du auf jeden Fall so in der Handtasche packen, wenn du da mal eben so zwischendurch ein bisschen Sonnenpflege brauchst. Übrigens ein Tipp, wenn euch die Sonnenpflege, die ihr auftragt, zu sehr in die Augen kriecht und euch die Augen tränen davon. Einfach morgens, wenn ihr die aufgetragen habt, ein bisschen abpudern. Dann bleibt es auch an Ordner und Stelle. Dafür ist ein Setting Puder ja auch da. Und das könnt ihr natürlich auch mit eurer Sonnencreme machen. Nehmt dann am besten irgendwie einen Translucent Powder. Und ich weiß nicht, ob aktuell, wie schnell kriege ich dieses Video online? Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Vielleicht ist mein Purish Code mit 20% Rabatt auf alles noch gültig. Da gibt es auch Wundervolle von Linda Hauerberg zum Beispiel. Und das Infinity Powder, mega. B-Day, Claudi. Ich weiß es nicht, ob das noch aktuell ist. Es geht bis zum 31. Mai nämlich. Ja, schön. So eine kleine Geschichte kommt bei mir auch in die Handtasche dann rein. Und wenn man dann irgendwo sitzt, ab und an muss ich auch eine Sonnencreme nachtragen, kommt es dann drauf. Ich weiß nicht, was die mit diesen Masken haben. Die wollen sie, glaube ich, loswerden. Bullrich, heilerde Tuchmaske, Pfingstrosenextrakt, beruhigt die Haut sanft. Ähm, auch geeignet bei Hautrötungen. Die haben wir immer mal wieder in dieser Box drin. Und ich muss wirklich sagen, die ist furchtbar. Weil diese Heilerde, die da irgendwie mit dran ist, das lässt einen irgendwie das Gefühl haben, als hätte man so eine Tuchmaske drauf, die man durch das... durch den Biomil gezogen hätte. Vielleicht probiere ich die doch nochmal aus. Ich weiß es nicht. Bei Pfingstrose finde ich cool. Und jetzt gerade, weil die Box zu Pfingsten rauskam. Yay. Aber irgendwie... Ich weiß es nicht. Ich muss mal gucken. Ist auf meinem Vielleicht-Stapel. Das ist ganz witzig. Da habe ich auch gerade erst von Judith Williams ein PR-Paket bekommen. Und da haben wir für Glättung und Ebenmäßigkeit Vitamin C+, eine Augencreme drin enthalten. Ähm, ja. Achso. Ach, guck mal. An Tag 1 und an Tag 15. Das ist ja auch cool, ne? Was es dann für einen Effekt macht. Vitamin C ist eine super Kombinationsgeschichte mit Lichtschutzfaktor. Deswegen jetzt gerade im Sommer eine ganz tolle Geschichte. 15 Milliliter sind hier drin. Kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Direkte Aufnahme in die Hautglättung von feinen Linien und Fältchen. Aktives Kaffeeöl. Das ist natürlich auch noch, ne? Das, ähm... Also Koffein ist sowieso... Liebe ich. Ich liebe meine Haut, weil das so richtig schön belebend ist. Feuchtigkeit spenden, schützen und kräftig die Haut. Für eine sichtbar jüngere Strahlen der Augenpartie. Morgens und abends machst du es drauf. Jo. Finde ich gut. Finde ich gut. Dann haben wir hier drin... Huch. Grübelpapier. Ciao. Von SkinMate. Von SkinMate. Protect & Care Sun Oil. 50 Lichtschutzfaktor. 30 Milliliter. Ach, wie cool. Ein Sonnenöl. Das wasserresistente Protect & Care Sun Oil bietet einen sehr starken Schutz vor UV-Strahlen. Okay. Also Sonnenöl finde ich wirklich interessant. Ich kenne wirklich nur Sonnenöl als Bräunungsbooster und nicht als Lichtschutzfaktor. Vor allem Face Care. Das machst du ja am Ende drauf. Das kann doch gar nicht funktionieren, oder? Schreib mal. Habt ihr das schon mal ausprobiert? Am Morgen circa zwei bis drei Pipettenfüllung. Nach der Gesichtsreinigung gleichmäßig im Gesicht und Dekolltiv verteilen. Okay, das machst du dann aber. Hä? Sollst du dann gar keine andere Creme mehr verwenden? Das ist auch crazy. Also ich brauche doch ein Serum, eine Augencreme, eine Gesichtscreme. Und dann kommt das ja eigentlich drüber. Ist wahrscheinlich dann für diejenigen, die sich eigentlich generell nicht wirklich so viel fliegen, ne? Okay. Okay. Also in meiner Gesichtspflegeroutine sehe ich das noch nicht. Dann von SkinMate Doctors habe ich hier eine 6D Hyaluronic Booster Geschichte. Intensive Feuchtigkeitsspendengeschichte. 30ml. Das ist einmal die hier. Ich gucke gerade, habe ich hier irgendwas zu trinken? Ich habe gerade so einen trockenen Hals. Hier ist auch nichts drin. Schale Schokolade. Da müssen wir jetzt einfach mal durch. Ja. Okay. Ja. Also bei sowas würde ich tatsächlich dann ja auch vor dem Sondenöl verwenden, ne? Keine Ahnung. Muss alles getestet werden oder auch nicht. Muss ich mal gucken. Wahrscheinlich eher weniger. Weil ich habe, also vor sowas habe ich einfach, ich weiß nicht, wie ich das integrieren soll. Wirklich nicht. Vor allem zwei bis drei. Ne, das wird nicht funktionieren bei mir. Ja. Okay. Also hier haben wir auf jeden Fall sechs verschiedene Arten von Hyaluronsäure, was ich ganz cool finde. Und sowas kann ich mir auch gut vorstellen zu verwenden. Das macht bei mir auf jeden Fall Sinn in der Gesichtspflegeroutine. Das sieht auch ansprechend aus. Ich weiß nicht, was dieses 2,5% Syn-Hykan kann. Und 0,4% 6D-HA-Komplex. HA ist dann ja wahrscheinlich die Hyaluronic Acid, also Hyaluronsäure, ne? Sieht auf jeden Fall auch wieder sehr ansprechend aus. Ich meine, irgendwie müssen die auch auf diese 280 Euro Wert kommen. Ich lehne mich ganz weit aus dem Fenster und denke, dass das gar nicht mal so günstig ist. Was hingegen gar nicht so teuer und irgendwie auch gar nicht mehr so wirklich bei uns zu finden ist, sind Sleek-Produkte. Hier haben wir eine Palette drin, Leute. Royal Flush Eye Divine Eyeshadow Palette. Finde ich mega. Finde ich wirklich mega. Das sind hier die Farben. Also ich weiß nicht, ob ich sie behalten werde. Bin ich jetzt mal ganz ehrlich, ne? Aber ich finde es mega, dass sie eine Lidschattenpalette reingepackt haben mit Warmfarben, die halt jetzt auch wirklich schön passend zum Sommer sein werden. Ich habe halt super viele Lidschattenpaletten. Da muss ich einfach gucken, ob ich das mit in meine Sammlung aufnehmen möchte oder ob ich das weitergeben werde. Ja. Siehste wohl, dekorative Kosmetik ist hier gut vertreten. Wenn auch jetzt nicht super hochpreisig. Aber hier haben wir zum Beispiel etwas, was sehr hochpreisig ist an dekorativer Kosmetik. Und zwar in der Farbe Claire, was ich toll finde, weil das ist meine Farbe. CCI mit Centella Asiatica von Eborian. Das ist eine kleine Geschichte. Schenkt auch Radiance, drei Milliliter. Und das ist halt so ein Zwischending zwischen Augenpflege und Concealer. Das macht Eborian ja mit deren Produkten. Und das feiere ich. Also finde ich ganz, ganz toll. Ganz, ganz toll. Aber auch hier wieder schwierig von der Farbe halt her, ne? Also da weiß man halt nicht, ob die Person, die die Box auspackt, halt, ob das passt. Dann habe ich hier so ein Klopperprodukt drin. Und da schwört doch unsere liebe Nathalie Nordbeauty drauf. CeraVie. Feuchtigkeitsspend eine Reinigungslotion für normale bis trockene Haut mit Ceramiden und Hyaluronsäure. Reinigt und spendet Feuchtigkeit, ohne die Hautschutzpariere von Gesicht und Körper anzugreifen. Das kannst du auf Gesicht und Körper verwenden. 236 Milliliter. Ich finde es ja großartig, wie hier so die Inhaltsangaben sind, ne? Hypoallergen, Verträglichkeit bestätigt, nicht schäumen, parfümfrei. So. In die Handflächen geben, auf die angefeuchtete Haut auftragen und Samte einmal sehen, abspülen. Für Erwachsene und Kinder geeignet, Augenkonturen aussparen. Bei Kontakt mit den Augen, diese gründlicher ausspülen. Also theoretisch kannst du das, wenn du halt wirklich super sensible Haut hast zum Beispiel, ne? Auch unter der Dusche für den Körper verwenden, wenn ich das so richtig sehe. Kannst du Gesicht und Körper mit reinigen. Und ein Pumper läuft bei ihm. Finde ich geil. Also das ist ein tolles Produkt, was jetzt auch bei mir in die Dusche wandern wird. Das ist von Sebastian Professional, glaube ich. Dark Oil, das ist ein Haaröl, 30 Milliliter. Ja, ein Haaröl. Sebastian Professional ist ja auch eine recht hochpreisige Marke, die wir öfters mal in Adventskalendern finden. Ähm, was machst du denn überhaupt? Das weiß man nicht so genau, ne? Steht das hier dran? Ja, wahrscheinlich einfach pflegen, oder? Ich wüsste jetzt nicht, was das sonst machen sollte. Äh, hier. Das ist, nein, doch. Das ist schwereloses Styling für Geschmeidigkeit und Fülle im Haar. Angereichert mit natürlichen Ölen aus Sandelholz, Zedernholz und Arganöl. Verführt das Styling Oil von Sebastian Professional mit einem unvergesslichen Duft. Das Haar wird von innen heraus aufgefüllt und zieht dank des Diffuse-X, nein, dank der Diffuse-X-Technology in Sekundenschnelle in das Haar ein. Für mehr Fülle und schnell zu stylende Kreationen. Joa, ähm, Stylen mache ich jetzt ja nicht so unbedingt, aber cool. Dann habe ich hier, äh, Regeneration Extreme, da hatten wir doch eben die Werbung auch zu, von Elena Thür. Ähm, 25 Milliliter, eine Maske, mag ich gerne. Äh, näherende und wiederaufbauende Fleming. Das ist schön, das wird verwendet. Äh, morgens habe ich ja meine Pöttchenmasken, die ich dann verwende, wenn ich meine Zähne putze. Riecht extrem kräuterig und sieht sehr fest aus. Muss ich mal ausprobieren. Joa. Dann hat Dr. Beckmann sich ja auch noch mit eingefunden. Und ich glaube, das ist dann auch das letzte Produkt. Ich wühle noch ein bisschen hier oben. Und zwar, ja, ernsthaft. Probiergröße für zwei Wäschen. Ähm, Magical Leaves. Waschmittelblätter, Kolor, wasserlöslich, klimaneutral, blütenfrisch. Okay. Sehr, sehr interessant. Also die lösen sich dann im Wasser auf. Also die mache ich dann wahrscheinlich mit der Wäsche in die Waschmaschine. Und dann löst sich das auf. Wird im, also wird aufgebraucht, werde ich euch im aufgebraucht Video Juni von berichten können. Ob das funktioniert hat. Also ich wasche ja bei 30 Grad meistens, ne. Und dann gucke ich mal, ob sich das wirklich auflöst. Da bin ich ja mal gespannt. Leute, das ist eine schöne Box gewesen. Endlich mal wieder. Yay, beauty.at-Team. Das habt ihr richtig, richtig gut gemacht. Claudinchen ist glücklich. Ob wir jetzt diesen Wert von 280 Tacken erreicht haben, sehen wir jetzt. Keine Ahnung. Sehe ich dann ja, ne. Ich schneide, ihr seht's jetzt. Ich finde auf jeden Fall, dass die Box sich gelohnt hat. Ich habe ja knapp 50 Euro für die Box ausgegeben. Und das ist schon eine gute Geschichte. Weil wir haben hier wieder unsere Körperpflege, unsere Gesichtspflege. Wir haben hier eine dekorative Kosmetik mit am Start. Wir haben neue Produkte hier mit dabei. Ich finde es toll. Also das ist einfach cool. Ich finde, dass es auch definitiv eine lohnenswertere Geschichte ist, als zum Beispiel bei der Luxury-Box. Ganz ehrlich. Also die wird vielleicht demnächst doch auch von mir mit abonniert. Muss ich mal schauen. Aber weil ihr auf Instagram abgestimmt habt, dass ihr darauf Bock hättet. Aber ich finde, dass diese Box sich dieses Mal definitiv mehr gelohnt hat. Weil hier doch irgendwie eine buntere Auswahl ist. Also diese Vielfalt, die finde ich einfach cool. Und ja, schreibt mir aber gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so seht. Was ihr so von dem Inhalt der Box haltet. Und ob ihr euch die vielleicht auch schon mal selber gekauft habt. Ja, dann war's das hier von mir. Wenn's dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.